Ja, hi, der Nick von Sportfunder60 hier und wir haben euch heute mal die Bindungen von ATK mitgebracht. Und warum die Bindungen von ATK mit Abstand für uns zumindest die besten sind. Durch leichtes Gewicht, absolute Performance und perfekte Haltbarkeit, das zeigen wir euch jetzt in den nächsten paar Minuten. Viel Spaß! Die Bindungen von ATK werden in Italien CNC gefräst. Das Ganze sorgt für ein unglaublich leichtes Gewicht, kompakte Bauweise, eine wahnsinnig hohe Verarbeitungsqualität und für ein Höchstmaß an Bindungstechnik. Das Easy Entry System sorgt für den wahrscheinlich leichtesten Einstieg im ganzen Pinnbindungssegment. Es ist super leicht zu arretieren, das Ganze gerade auch im tieferen Schnee. Bei den neuen von EVO Modellen haben wir zusätzlich dazu noch vorne die Möglichkeit, die Bindung nach DIN einzustellen. Bedeutet, wir können einfach die Bindungshärte noch von unserem Fahrverhalten, unserem Können anpassen, sorgt für einen Plus an Sicherheit. Wir haben für euch einfach beide Modelle da. Wer das haben möchte, hat das DIN-System, das heißt das EVO-System. Wer es nicht braucht, hat es eben nicht. Das Cam Release System gehört zu den besten Hinterbackensystemen, die es generell auf dem Pinnmarkt gibt. Wir haben die kompakte Bauweise und trotzdem eine wahnsinnig hohe Stabilität. Das Ganze ist gepaart mit dem leichten Gewicht und sorgt damit für die für uns perfekte Führerbindung. Das System ist ganz klassisch mit einer Feder, das heißt wir haben hinten eine ganz normale Einstellbarung im Hinterbacken. Das sorgt dafür, dass wir einfach eine sehr präzise Auslösung haben. Die Bindung kann unterscheiden, haben wir einen kleinen Schlag, vielleicht von einem Stein, den wir treffen, einem kleinen Eisbocken, den wir treffen oder von einem kleinen Fahrfehler. Oder es ist wirklich ein Sturzfall, wo die Bindung auslösen muss. Und trotzdem haben wir eine hohe Federherde, um eben auch vereiste Schuhe wieder frei zu bekommen, dass ihr da keine Probleme habt mit Fehlauslösung. Wenn wir dann mal unterwegs sind, unsere Sachen packen, dann sind wir natürlich auch mittlerweile größtenteils mit Antikarpien unterwegs. Wir haben sie jetzt seit ein paar Jahren bei uns im Programm, haben sie selbst getestet und gemerkt, für uns ist es wirklich die Superlative. Und viele von euch fragen uns ja auch, ob die Bindungen wirklich so gut sind. Und ja, sehen Sie. Wir sind viel im Tourenbereich, im Free-Touring-Bereich, im klassischen Freeway-Bereich unterwegs, haben Sprünge, haben Poloas, wir haben wirklich alles mit dabei. Und trotzdem ist es für uns die optimale Bindung. Wir haben im Prinzip keine Fehlauslösung und ein super sicheres System. Für viele war ein großes Thema, das System mit der Arretierung der Bremsen hinten. War anfangs nicht ganz so einfach, ist eigentlich super einfach zu lösen. Und bei der Evo haben sie jetzt endlich den großen Schritt geschafft. Wir haben das System, wie wir es eigentlich kennen. Hinterbacken drehen und der Stock arretiert automatisch. Magneto-Heal-Flap, das heißt die Steighilfen, die mit Magnet funktionieren, geht auch im steilsten Stück normal im Notfall. Super einfach zu bedienen mit dem Stockteller, ist wirklich kinderleicht zu machen. Ihr wisst ja, der Unterschied bei uns ist, wir kennen das Material, das bei uns an der Wand steht, weil wir verkaufen nur das, was wir vorher testen und wir haben auch noch Spaß dabei. Wir sind seit vielen Jahren unterwegs und hoffen, wir können euch auch davon überzeugen. Die Bindungen sind für uns so ziemlich die optimalen Touring und Free-Touring-Bindungen. Super stabil, wahnsinnig leicht, extrem hochwertig, gefertigt in Italien. Und wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, dann kommt einfach mal bei uns im Shop vorbei. Schaut sie euch mal an, dass ihr einfach mal die Qualität seht, die ihr dabei habt. Lasst euch die Bindung von unseren Jungs zeigen und viel Spaß. Und ab auf die Piste. Dir hat das Video gefallen? Du hast noch Fragen dazu? Gerne im Kommentarfeld oder kontaktiere uns direkt. Ansonsten lass uns ein Like da, follow unseren Kanal für noch weitere Videos. Schau sie dir an und lass dich begeistern von dem ganzen Material, das wir hier bei uns im Shop haben. Alles wir sehen, die wir sehen, wie es auf der ganzen Welt sind. Und dann ab es doch mal bei uns im Shop. Wir sehen uns schnell. Und dann geht's mir an, dass wir den Raum für den ganzen Tag durch den Tag durch den Tag. Und dann geht's mir immer noch mal bei uns im Shop. Und dann geht's mir erst mal bei uns im Hyänden. Vielen Dank.